Ich bin beeindruckt. Den kannst du auch steuern? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was? Keine Angst, ich schaffe das! Zwei Hebel, einer links, einer rechts. Man muss nur die beiden Hebel abwechselnd hoch- und runterdrücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert es etwa 10 Minuten. Haltet euch fest, es geht los! Okay. Schneller! Los! Beweg dich! Das klappt schon! Komm schon, Sid! Du bist ja hier der beste Fahrer weit und breit! Du schaffst das! Los! Los! Okay, wir springen ab! Okay. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Neue Feinde! Na dann, Angriff! Suchen und zerstören, Freunde! Suchen und zerstören! Bämst! Haha! Weiter geht's, komm! Ihr könnt uns gar nix! Wir werden Sieger sein! Wir haben's drauf! Wir gehen durch Dicke und drüben! Smog Alarm! Bämst! In die Fresse! Lauf! Lauf! Lauf, Sid! Lauf! Scheiße! Wat ein Gigastal! Hammer! Als ob! Du Hund! Feuer 3! Feuer 3! Und... Regina auf... Vincent! Fantastisch! No, schneller! Sehr gut! Pass! Wackelt uns halt Luft! Ja! Ich hab doch gesagt, wir werden Sieger sein! Scheiße! Suchen und zerstören! Komm schon! Eis 3! Ey, warum sind die so stark, die Viecher? Ja! Dum, 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 dum! Ey, ey! Was zum Ehren! Okay, gebt die große Materie heraus! Verdammt! Ah! Da sag ich nur, suchen und zerstören! Wie könnt ihr es wagen? Ihr Gesindel von Shinra! Was? Warum habe ich mich geheilt? Hä? Es gibt überhaupt keinen Sinn! Wir winzen teilen! So, bäms! Geil! Recht mutig, mir zu folgen! Das vergesse ich dir nicht! Beschwerd euch beim Hersteller! Auf die Bremse, Chef! Ich weiß! Cool bleiben! Wenn wir so weitermachen, rasen wir in Nord Coral rein! Mal sehen! Wenn wir die Hebel abwechselnd benutzen, um zu beschleunigen! Linker Hebel, dann müssen wir bremsen! Wenn wir die Hebel gleichzeitig nach oben oder runter drücken! Scheiße! Kacke, Mann! Was ist hier los? Ah! Hei, halt! Andersrum, andersrum! Ist es nicht andersherum? Ah! Andersherum? Warte! Diesmal werde ich... Oh Gott! Nein! Nein, nicht! Scheiße! Zurück! Verdammt! Das gibt eine Katastrophe! Wer hat er denn jetzt angehalten? Schüssel, Lobby, große Materia! Geil! Wie haben wir das denn geschafft? Habt ihr nicht den Zug von Shinra gestoppt? Sie wollten uns wieder töten! Für dich mag es wie ein Schrotthaufen aussehen, aber für uns ist es ein Zuhause! Zur Hölle bitte, Meteor! Wir sind Bergleute, oder nicht? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor dem Meteor! Das ist es! Hey du, wer ist mit irgendwas für die Jungs, die gegen Shinra kämpfen? Ich hab's aus dem Brunnen geholt! Ist es nicht ein toller Stein? Materia Ultima erhalten! Das muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein! Du hast einen Namen am ganzen Körper! Ich hab schon mit dem Kneipenwirt gesprochen! Ihr könnt euch kostenlos da bleiben! Geil! Aber die Ultimalsubstanz krieg ich erstmal nur klaut! So, cool! Haben wir auch! Äh! Shinra braucht nur noch die große Materia von einem Ort! Dem Unterwasserreaktor! Geht's im Unterwasserreaktor? Und ständig im Rücken! Muss es doch den Shinra irgendwann zu viel werden! Wir müssen uns so beeilen! Im Moment mache ich mir um ihn am meisten Sorgen! Klaut! Ja, ich bin auch besorgt um TV! Lass uns sehen! Lass uns sehen, was beim Ideen los ist! Hm! Also muss ich raus hier! Was genau ist denn mit dem los? Das ist die Frage! Da geht wohl der Punk ab! Äh... Äh... Shit, Alter! Ich mein, Chocobo, wie du das schaffst, du Scheiße hier! Ha, ha! Kacke! Wo ist das Flugschiff? Hä? Wo ist das Flugschiff? Das gibt's doch gar nicht! Hä? Wo hab ich das verdammte Flugschiff geparkt? Wie bin ich dahinter? Was? Nein! Ach so! Nicht dein Ernst, oder? Irgendwie fühlt sich das hier sehr falsch an, gerade. Und zwar richtig falsch. Oder doch richtig? Nee. Hä? Fuck, Alter! Wie komm ich zum Flugschiff? Doch richtig! Ach, Kacke! Das war alles richtig! Ah! Auch schön! So! Jetzt müssen wir zurück zu Cloud, ne? Wo ist Cloud? 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 Oh, fuck, Alter! Wo ist Mideel? Cloud? Ja? Nice! Ich überfliege wieder die ganze Weltkarte, toll! Orientierung ist mein Fremdwort hier. Oh! Da ist Wu-Tai! Ja, dein Ernst, wo ist Mideel? Wo war das noch? Da unten? Warte mal, müsste ich eigentlich so schaffen? Ja, danke! Okay, allerdings, wie das Ganze hier so weitergehen wird, das sehen wir in einer neuen Aufnahme-Session. Ich bin euer Let's-Play-Gamer, ich bedanke mich für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Hollande! Denn Jerry, ich würde jetzt Field! Vielen Dank.